Dieser Mann hat Erfolg, findet Erfolg, aber nicht so wichtig. Er ist ein rund um die Welt gefragter Referent, doch sein Ego will er klein halten. Seine Gagen sind hoch, Reichtum findet er dennoch überflüssig. Und Sie kennen seine Bücher ganz bestimmt, es sind nämlich fast alles Bestseller. Zu Gast heute bei mir, Rolf Dobelli, ich freue mich sehr, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, Herr Dobelli, sind Sie ein lebender Selbstwiderspruch? Ich weiss nicht, ich glaube nicht. Ja, es ist tatsächlich so, ich habe Erfolg, aber Erfolg hat sehr viel mit Zufall zu tun. Also ich würde mal sagen, fast zu 100% mit Zufall zu tun. Und in dem Sinne hatte ich einfach Glück und Glück ist kein Grund, stolz zu sein oder ein grosses Ego aufzublasen, sondern Glück ist einfach, was es ist. Man nimmt es, wenn es da ist und manchmal hat man es nicht. Aber schön ist es doch, oder? Natürlich, natürlich. Ich habe lieber Glück als Unglück. Ich habe lieber einen Bestseller als keinen Bestseller. Natürlich, das sind alles Dinge, die schön sind. Man nimmt sie mit, aber man kann sich nicht daran ketten. Man kann nicht mal darauf hoffen, dass es passiert, wenn sie passieren. Das sind Dinge, die ausserhalb von unserer Kontrolle sind. Und dann nimmt man sie eben an, wenn sie da sind und freut sich daran. Sie haben trotzdem so etwas wahrscheinlich wie ein Erfolgsrezept. Sie sind wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Kolumnenschreiber der Schweiz. Und Ihre Kolumnen werden dann eben immer in schöne Bücher verpackt und schaffen es auf die Bestsellerliste. Sie haben diese kondensierte Form des Wissens auch gepflegt in Ihrem Unternehmen, Get Abstract. Und ich habe mich dazwischen gefragt, ist eigentlich diese Idee der, sagen wir jetzt mal, Lebensweisheit to go, etwas, was Sie schon lange fasziniert? Es ist tatsächlich so, aber nur rückblickend so, dass mir das auch auffällt als roter Faden. Aber das ist wiederum rückblickend gesehen. Das Unternehmen Get Abstract habe ich mit Freunden gegründet. Und die Idee hatte ich schon damals. Es gibt so viele gute Bücher, könnte man die nicht irgendwie kürzer fassen, zusammenfassen, damit man die Kernpunkte verstanden hat. Und wenn man es dann gut findet, dann kann man natürlich das Buch lesen. Und als ich dann begonnen habe zu schreiben, besonders die Sachbücher, dann ist das irgendwie in mir drin, dieses Gehen des Zusammenfassens, des Komprimierens, des Auf-den-Punkt-Bringens ist drin. Und ich könnte irgendwie gar nicht anders Bücher schreiben, ich könnte kein Sachbuch einfach durchschreiben. Es müssen diese Stücke sein. Es ist übrigens auch viel einfacher zu schreiben, wenn man so gestückelt schreibt. Weil wenn Sie es durchschreiben müssen, dann muss alles wirklich von A bis Z zusammenpassen. Und so hat man so wie kleine Sugus- oder Lego-Teilchen, die man dann zusammenstellen kann. Und am Schluss kann man sie noch der Reihenfolge nach arrangieren. Ich denke, es ist auch für den Schriftsteller einfacher, so zu schreiben. Mir ist in diesem Zusammenhang natürlich Ischaya Berlin eingefallen, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat über Tolstoi, Igel und Fuchs. Und da beschreibt er eigentlich zwei Typen von Menschen. Nämlich die einen sind Füchse, die wissen ganz viele unterschiedliche Dinge und interessieren sich auch für vieles. Und es gibt die Igel, die haben eine grosse Idee im Kopf, die sie verfolgen. Sie sind ein Fuchs, oder? Ja, ich bin eher ein Fuchs. Ich habe Freude an Ideen. Das ist mein Fäbler. Ich bin verliebt in Ideen und viele Ideen. Und das kann aus der Wissenschaft sein, das kann aus der Philosophie sein, das kann aus dem Leben sein. Das sind Ideen, die ich sammle und versuche zu verknüpfen, zu verarbeiten. Und ich bin nicht der Mann, der in die Tiefe geht und dann wirklich eine Idee bis ins Letzte ausdrückt. Hat das auch etwas damit zu tun, dass Sie auch gar nicht an die eine Idee glauben? Das ist natürlich auch ein Faktor. Es gibt nicht die eine Idee, die gibt es nie. Das hat mich dann beschäftigt bei dieser Frage, was macht ein gutes Leben aus? Und als ich auf diese Frage gekommen bin, und ich kann mir nicht vorstellen, durchs Leben zu gehen, ohne diese Frage jemals ernsthaft zu stellen und zu beantworten, habe ich festgestellt, es gibt nicht diese eine grosse Idee, die einen glücklich macht oder die ein gutes Leben bringt. Es gibt nicht den Knopf, den man drücken muss und dann kommt alles gut. Diesen heiligen Gral gibt es nicht. Sondern es ist wie in den Wissenschaften, wie beispielsweise in der Medizin, wie in der Ökonomie. Wenn man ein Problem zu lösen hat, dann gibt es viele Dinge, die man darum herum lösen muss, respektive viele Schrauben, die man drehen muss, damit es gut kommt. Und so ist es eben auch beim Leben. Es gibt nicht den einen Knopf, sondern es gibt viele, viele kleine Dinge, die man berücksichtigen muss. Sie haben jetzt gerade das Stichwort schon gegeben, Ihr Buch zum Glück. Sie haben ja tatsächlich, wenn wir kurz zurückschauen, eigentlich zuerst primär geschrieben über Fehler. Also 52 Denkfehler, dann 52 Irrwege. Und jetzt sind die 52 überraschenden Wege zum Glück rausgekommen, die Kunst des guten Lebens. Und da sagen Sie auch, eigentlich ist das so etwas wie eine Toolbox. Und Sie vergleichen das mit dem Schweizer Taschenmesser. Das müssen Sie erklären. Genau. Also ein Schweizer Taschenmesser hat jetzt, ich weiss nicht, das hat vermutlich zehn verschiedene Tools, also zehn verschiedene Instrumente, zehn verschiedene Werkzeuge dran. Und ein Schweizer Sackmesser oder Taschenmesser auf Hochdeutsch, mit dem kann man nicht jedes Problem lösen. Und mit meiner Toolbox kann man auch nicht jedes Problem lösen. Aber gleichzeitig braucht man nicht immer alle Werkzeuge an einem Taschenmesser bei einer Situation. Meistens braucht man eins oder zwei. Und das ist dasselbe bei den Kapiteln meines Buches. Und weil es 52 Kapitel sind, vergleiche ich das gern mit einem Taschenmesser mit 52 solchen Werkzeugen dran. Man kann nicht alles lösen damit, aber man braucht auch nicht immer alles im Kopf zu haben, alle diese 52 Werkzeuge. Es reicht, wenn man je nach Situation zwei oder drei anwendet, um die Situation zu lösen, in der man steckt. Zum Beispiel hat man toxische Gefühle oder man interpretiert die Welt falsch oder sich selbst falsch und dann kommen zwei oder drei solcher Werkzeuge zum Einsatz. Auch wieder ein Stichwort von Ihnen, toxische Gefühle, da muss man natürlich drüber sprechen. Und tatsächlich wollte ich mit Ihnen über so ein paar Tools sprechen und mit so einem toxischen Gefühl anfangen, mit Ihnen nämlich mit dem Neid. Sie sagen, Neid ist das Giftigste aller Gefühle, verabschieden Sie sich davon. Also Neid ist überhaupt das, ich denke mal, das vorherrschendste Gefühl in unserer modernen Gesellschaft. Wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen. Wir vergleichen uns im Job. Hat er jetzt die Promotion bekommen? Ist er aufgestiegen oder nicht? Hat er eine Lohnerhöhung gekriegt oder nicht? Darf er auf diese Geschäftsreise oder an jene Konferenz reisen? Irgendwo in der Karibik oder nicht? Wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen und mit den sozialen Medien ist das noch viel stärker geworden. Dann vergleichen wir uns mit unseren 100 oder 200 oder 300 virtuellen Freunden und denken dann natürlich, die hätten ein besseres Leben, weil der Content, den die anderen hochstellen, ist natürlich super kuratiert. Aber trotzdem, wir sind ständig in diesem Vergleichsmodus. Und dieser Vergleich ist quasi der Generator für Neid. Und Neid ist ein toxisches, ist ein giftiges Gefühl, weil ohne Neid geht es auch. Und man lebt viel besser ohne Neid. Und hier gibt es ein paar Ansätze, wie man diesen Neid einigermassen in den Griff bekommt. Das sind zwei, drei gedankliche Tools, gedankliche Werkzeuge, wie man diesen Neid in den Griff bekommt. Und glauben Sie mir, das Leben ist viel schöner ohne dieses giftige Neid. Über die Tools möchte ich gleich noch sprechen, aber bleiben wir noch kurz bei diesem toxischen Gefühl. Sie haben jetzt gesagt, das Leben ist viel besser ohne Neid. Dann könnte man natürlich auch sagen, naja, eine Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt. Zumindest war Bernhard de Montville, ein Philosoph und Sozialtheoretiker des 18. Jahrhunderts, der war ja der Meinung in der sogenannten Bienenfabel, dass der Wohlstand eigentlich in einer lasterhaften Gesellschaft besonders zum Erblühen käme. Und zwar unter anderem, weil die Leute zum Beispiel neidisch sind. Und der neidische Seitenblick treibt sie zu Höchstleistungen an. Das hat doch was für sich, oder? So kann man argumentieren. Allerdings sieht man dann nur jeweils die Erfolgreichen. Also wenn jetzt alle neidisch sind, dann gibt es ein paar, die dann Erfolg haben durch diesen Neid. Die sind stärker angetrieben. Und da gibt es gleich welche, die dann trotz all diesem Neid nirgendwo hinkommen. Und man nimmt dann jene, die werden dann eingeladen in TV-Shows, in Talkshows, in die Medien. Die kommen dann auf die Titelblätter der Zeitungen, die dann Erfolg gehabt haben. Wegen dem, und man sieht gar nicht alle anderen, die auch durch diesen Neid angestachelt wurden, die nicht Erfolg haben. Also Neid ist was für die Erfolgreichen. Die dürfen ja dann nachher sagen, sie seien wegen des Neides erfolgreich gewesen. Erfolg hat, wie gesagt, eine Komponente des Zufalls, die unheimlich hoch ist. Und deshalb glaube ich nicht, dass Neid ein wirklicher Treiber ist von wirtschaftlichem Erfolg. Es sind vermutlich andere Dinge, die wirtschaftlich antreiben. Aber Neid ist es sicher nicht. Ich würde sogar sagen, wenn sie keinen Neid haben, haben sie genauso einen Drive, irgendetwas zu erreichen, etwas zu erzielen. Aber es ist dann schöner. Der Weg dorthin, der Weg zum Ziel ist dann schöner, als wenn sie es durch Neid machen. Eine interessante Frage wäre ja auch noch, Sie haben das jetzt so beschrieben, dass Sie gesagt haben, naja, wir leben in einer Neidkultur fast schon. Das hat was zu tun mit diesem ständigen Wettbewerb. Wir sprechen ja auch von einer Rating-Gesellschaft. Wir machen überall Top oder Flop. Aber man könnte ja auch sagen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen wie gegen Sie bürste, sozusagen, naja, früher hatten wir vielleicht den Eindruck, unsere Position in der Gesellschaft ist uns vorgegeben. Vom Schicksal oder von Gott. Wir sind halt als Sklave geboren, mein Gott, ja. Da nützt der neidische Blick auch nichts. Heute kann man auch sagen, naja, Neid zeigt auch unter Umständen, dass wir auch die Möglichkeit haben, besser zu werden und uns aus unserer Position zu befreien. Ja, natürlich. Das zeigt der Neid. Natürlich können wir besser werden. Wir können uns wirklich anstrengen durch Neid und etwas erschaffen. Wie gesagt, man kann sich auch anstrengen ohne Neid. Aber wenn Sie Neid haben, angenommen, Sie haben einen gewissen Erfolg, nehmen wir jetzt mal monetären Erfolg. Sie haben jetzt ein Einkommen von, weiss ich nicht, 300'000 oder eine halbe Million erreicht. Dann beginnen Sie sich zu vergleichen mit den anderen, die auch eine halbe Million verdienen. Und zwar vergleichen Sie sich dann nach oben tendenziell. Ah, der andere hat eine Million und ich möchte ja auch gerne eine Million. Dann haben Sie auch eine Million später, fünf Jahre später. Dann beginnen Sie sich zu vergleichen mit jenen, die dann fünf Millionen haben oder zehn Millionen haben. Und der Neid macht die ganze Glückseligkeit, die Sie durch den wirtschaftlichen Erfolg aufgebaut haben, zunichte. Der Neid macht wirklich diese Glückseligkeit, dieses Gefühl von Glück zunichte. Und deshalb müssen wir diese toxische Emotion, Neid in den Griff bekommen. Ich erzähle Ihnen eine kurze Geschichte. Ich habe einen Freund, der ist Private Banker, also Privatbankier in der Schweiz. Der hat einen Kunden von ihm besucht auf einer einsamen Insel, irgendwo im griechischen Meer. Wunderschöne Privatinsel. Er hat eine Villa dort oben, er hat zwei schöne Töchter. Alles wunderbar, eine gute Ehe, alles super. Und mein Freund kam zu ihm, zu diesem Kunden, und er war in Tränen. Der war total unglücklich. Und dann hat er ihn gefragt, warum sind Sie denn so unglücklich? Und er hat gesagt, vor 15 Minuten ist der Bill Gates mit seiner Superjacht vor meiner Insel durchgefahren. Und da habe ich realisiert, dass ich das nie erreichen werde. Also der Mann hat vermutlich etwa 300, 400 Millionen auf dem Konto, aber es reicht eben nicht für die Superjacht von Bill Gates. Und das hat ihn zerstört. Und wie idiotisch muss ein Hirn ticken, um so reagieren zu können? Und das ist Neid. Neid macht mehr kaputt, als es positive Auswirkungen hat. Schauen wir uns ein zweites Tool an, oder einen zweiten Hinweis Ihres Buches. Sie sagen auch, das gute Leben hat zu tun mit der konstruktiven Interpretation von Tatsachen. Gibt es da ein gutes Beispiel? Ja, Parkbussen, ein paar Strafzettel. Jetzt müssen wir sagen, was daran gut sein könnte. Ich habe mich früher aufgeregt an Strafzetteln. Also ich habe ein Büro in der Altstadt von Bern, da kann man kaum parken. Ich habe oft geparkt, schnell etwas holen im Büro oder schnell etwas arbeiten, wieder runter ins Auto und schon hat man einen Strafzettel. Und das hat mich früher aufgeregt, diese 40 Franken Strafzettel wegen 10 Minuten falsch parken. Und meine Frau und ich haben jetzt eine Regel. Und wir haben immer am Anfang des Jahres, sagen wir uns, wir geben einen bestimmten Betrag am Ende des Jahres für gute Zwecke aus. Dieser Betrag ist fix, minus alle Strafzettel. Also wenn wir jetzt einen Strafzettel von 40 Franken bekommen, dann ziehen wir das einfach am Ende des Jahres ab. Dann kickt diese Stiftung ein bisschen wenig, 40 Franken weniger. Die 40 Franken gehen an den Staat, ist auch ein guter Zweck und alle sind glücklich. Und ich habe keinen Stress mehr. Das ist eine Neuinterpretation. Eigentlich ist es ein Verfehlen der Busse. Sie deuten das um, ich meine zum Beispiel Michael Sandel würde das so sagen in seinem Buch, was man für Geld nicht kaufen kann. Sie deuten die Busse um in eine Gebühr. Natürlich, und das mache ich für die eigene Beruhigung. Und die eigene Beruhigung, also diese Seelenfrieden, das ist so mein Ziel des Lebens. Das ist eine grosse Komponente des guten Lebens, diese Seelenfrieden zu haben. Egal was von aussen angeschossen wird, es kommen schlechte Nachrichten, es werden Krankheiten kommen, es gibt, weiss nicht, Börsencrashes, was auch immer. Aber dass man diesen Seelenfrieden behält, und das ist eines dieser kleinen Tools, mentale Buchhaltung, nimmt man den in der Wissenschaft, ist ein kleines Tool, ein kleines Werkzeug, wie man diesen inneren Frieden behält, trotz dieser Parkbussen. Jetzt darf man das natürlich nicht übertreiben. Man kann sich jetzt nicht, man darf sich nicht diese Freiheit jetzt einfach rauskaufen und sagen, ich parke jetzt überall. Sondern das passiert bei uns etwa zwei oder dreimal im Jahr. Einfach Stressvermeidung. Ein anderes... Mal schauen, wie es nach dieser Sendung ist. Genau. Ein anderes Tool. Früher habe ich mich etwas aufgeregt an Preissteigerungen. Ein Kaffee hat früher 3,50 Euro gekostet, der kommt das nächste Mal ins Restaurant, der kostete 5,50 Euro. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. So eine massive, prozentuale Preissteigerung, das ist doch eine Frechheit. Und ich habe mich dann aufgeregt. Ich habe Emotionen generiert für nichts und wieder nichts. Und heute habe ich mir einen Betrag festgelegt, unter dem ich mich nicht mehr aufrege. Das sind in meinem Fall 10 Franken. Egal, was es ist, was unter 10 Franken ist, da rege ich mich nicht auf. Ob ein Kaffee 1 Franken kostet oder 9 Franken, ob ein Bier 3 Franken kostet oder 9,50 Euro, das ist mir völlig egal. Unter 10 Franken, das ist die Limite, wo ich mich nicht mehr aufrege. Ich konsumiere nicht mehr oder weniger. Ich gebe nicht mehr oder weniger Geld aus, aber ich spare mir die ganzen negativen Emotionen. Das ist auch eine Art dieser mentalen Buchhaltung, also auch ein solches Tool, ein solches Werkzeug für den Innenfrieden. Dieses Umdeuten, das finden wir ja in ganz vielerlei Kontexten. Mir fiel eine Postkarte ein, die mir jemand mal geschenkt hat. Da stand drauf, ich bin nicht klein, ich bin ein Konzentrat. Super. Passt zu mir, habe ich mir dann an die Wand gehängt. Aber ich habe mir trotzdem gefragt, kann man wirklich alles so zurecht biegen und umdeuten? Es gibt ja diese Bücher, ich habe mich über diese Titel immer furchtbar aufgeregt, von Rüdiger Dahlke. Krankheit als Weg, Schicksal als Chance. Da denkt man doch, naja, es kommt doch der Moment, wo dann einfach fertig ist mit Umdeuten. Wo man auch anerkennen muss, gewisse Dinge sind einfach schlimm. Und die müssen wir jetzt nicht einfach zurecht vernünfteln und versuchen, das irgendwie einzupassen in ein rationales Gefüge. Das stimmt tatsächlich. Also wenn Sie krank sind, Sie haben Krebs, dann gibt es nichts daran zu rütteln, dann haben Sie Krebs. Aber Sie können daran verzweifeln oder Sie können sagen, was ist dieser Krebs, kann ich irgendwas tun dagegen? Ich versuche das Maximale zu tun, was in meinem Rahmen der Beeinflussung liegt. Und da gibt es viele Dinge, die ich nicht tun kann, das muss ich einfach annehmen. Und dieses Annehmen, das ist auch so eine Art, das ist auch eine Art Werkzeug, dass man Dinge annimmt und akzeptiert, die man nicht verändern kann. Es gibt nichts Idiotischeres, als sich aufzuregen über Dinge, die man nicht verändern kann. Und dieses Annehmen, das hat mit Übung zu tun, es hat vielleicht auch ein bisschen mit Reife zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass man sich jeweils überlegt, was könnte alles Schlimmes passieren in meinem Leben. Das ist ein Gedanke, den viele Leute nicht gern tun. Ich mache das sehr gern, weil es hilft mir dann vorauszuschauen, was kann alles passieren. Gibt es gewisse Dinge, die ich schon jetzt abfeden kann und das andere bin ich dann bereit zu tragen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, angenommen, ein Kind von mir würde sterben. Ich könnte das sicher nicht so locker wegstecken. Aber wenn ich mir überlege, bewusst jeden Tag, dass das passieren kann, dass dieses Kind eigentlich nicht mein Kind ist, sondern es ist geschenkt vom Universum, um jetzt ein Zitat von Epictet zu brauchen, dann, glaube ich, ist man ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen stärker darauf vorbereitet. Sie nennen jetzt eigentlich eine stoische Übung der stoischen Philosophie, die sogenannte Prämeditatio Malorum, dass man sich eben überlegt, was alles Schlimmes passieren kann. Wir kommen später noch ausführlich auf die Stoat zu sprechen. Ich würde gerne noch einmal kurz bei diesen verschiedenen Beispielen bleiben. Eigentlich scheint es doch sowas zu sein, auch wie ein Zweckpessimismus. Also, mach dir bloß keine falschen Erwartungen, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Wie geht das zusammen mit vielleicht auch gewissen Ideen des positiven Denkens, was ja auch so verbreitet ist heutzutage? Denk positiv. Ja, denk positiv, das funktioniert eben nicht, weil es kann ab und zu funktionieren, wenn man Glück hat, aber eigentlich funktioniert es nicht, weil die Dinge entwickeln sich ja nicht so, wie man sie sich erhofft, normalerweise. Die Welt kann man ja nicht nach seinem eigenen Geschmack bauen, sondern die Welt, wir sind in eine Welt geboren, die ist alles andere als einfach. Das Leben ist kompliziert, es ist schwierig, selbst für Leute, die privilegiert sind wie ich. Mir geht es gut, ich habe sehr viel Glück, aber das Leben ist anstrengend und da kommen gewisse Dinge auf einen zu, die man nicht mag. Und ich denke, man lebt besser damit, wenn man sagt, das sind all diese schlechten Dinge, die auf einen zutreffen können und man ist dann gewappnet, um die anzunehmen. Und zwar nicht nur sachlich annehmen, sondern auch emotional anzunehmen, als wenn sie sagen, ja, es kommt alles gut, ich muss nur positiv denken, ich muss nur meine guten Gedanken ins Universum schicken, dann wird es mir gegeben. Ich muss nur mir überlegen, ich will eine Million haben auf dem Konto und fünf Jahre später habe ich dann eine Million auf dem Konto. Das funktioniert halt nicht, das geht leider nicht, aber sie leben besser, wenn sie diese Prämeditation malorum, wirklich dieses negative Denken in sich einbauen und dann vielleicht kommt es so und in vielen Fällen kommt es besser und dann sind sie glücklich. Sie sagen ja auch, dass es eigentlich eine negative Kunst des Lebens gibt und das ist in diesem Buch drin. Genau. Ist das jetzt der wesentliche Moment? Das ist ein wesentlicher Moment, zu überlegen, was kann alles Negatives passieren und dann das auszuschliessen, versuchen möglichst auszuschliessen. Da laufen sie besser, als wenn sie versuchen, alles Positive obendrauf zu stückeln. Also es gibt so wie zwei Lebensphilosophien, so könnte man es auch anschauen. Es gibt jene Bücher, die sagen, du musst das noch machen und das noch machen und das noch machen und dann kommt es gut. Und ich sage, du musst alles Negative entfernen und dann kommt es gut. Und ich denke, beim Negativen ist man besser beraten, weil das sind Dinge, die handfester sind. Man kann mit dem Finger drauf zeigen, was alles negativ passieren kann und dann das, wenn es möglich ist, wegnehmen. Also wenn sie einfach sagen, jetzt sollte ich noch das und ich sollte diese App noch runterladen und ich sollte noch 30 Minuten joggen gehen und ich sollte noch 45 Minuten meditieren jeden Tag und aufeinander aufbauen. Also ich bin ein Verfechter vom Reduzieren, vom Wegnehmen. Sie offenbaren sich in diesem Buch ja auch. Sie bringen Beispiele Ihres eigenen Lebens. Eben zum Beispiel die Parkbussen finden sich auch hier drin. Ich habe mich natürlich dazwischen auch gefragt, gibt es eigentlich so den wirklichen Test für Sie? Also gab es schon Fälle in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, da war ich jetzt wirklich herausgefordert. Da muss ich jetzt echt sagen, habe ich mir meinen Werkzeugkasten, meine Toolbox angeguckt und wusste eigentlich selber nicht mehr weiter? Nein, aber es gibt ganz grosse Fälle, so wie Tod in der Familie oder so. Das gab es nicht, zum Glück noch nicht. Aber es wird mal kommen, meine Eltern werden mal sterben. Das ist der Fall. Und ich werde auch mal sterben oder krank werden. Das ist auch gegeben, das kommt noch. Aber ich sehe es immer wieder an kleinen Beispielen, wo ich nicht so weit bin, wie ich sein möchte. Gerade gestern. Und diese Kinder, die waren zu spät. Was müssen Sie vielleicht kurz erklären, Sie haben Zwillinge, die sind vier Jahre alt. Genau, zwei Jungs, die sind vier Jahre alt und Zwillinge sind sich ja näher als den Eltern. Das heisst, man kann die fast nicht führen. Die sind eigentlich, man kriegt das gar nicht richtig hin. Das ist schwierig für Sie, Sie managen ja gerne. Genau. Und dann wollten die nicht vorwärts machen und dann habe ich die Nerven verloren, habe geschrien, habe gesagt, jetzt kommen wir wieder zu spät wegen euch, weil ich so ein Theater mache, könnt ihr euch nicht rechtzeitig anziehen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ich will doch ein Stoiker sein. Das ist genau das, was ich nicht will. Das heisst, ich muss an mir arbeiten. Dann tatsächlich, das fliesst dann jeweils ein in die Abendbetrachtung. Vor dem Schlafengehen mache ich so eine Betrachtung. Was lief alles schlecht an diesem Tag? Wo könnte ich mich im Sinne des Stoikerseins verbessern? Und das floss dann tatsächlich auch ein Versuch, das jetzt zu unterdrücken und nicht mehr auszuflippen. Aber ich bin ein Mensch und ab und zu fliegt mich rast dich halt aus. Und das ist ... Ich bin doch kein Weiser. Schauen wir uns noch ein drittes Rezept an. Sie sagen auch, man soll sich nicht als Ausnahmeerscheinung sehen. Und im Gegenteil eben nicht, ich bin das grossartige Genie, sondern sich einfach eine Nische suchen. Wenn ich Sie zitieren darf, Sie sagen, eine eigene Nische suchen oder sein eigenes Rennen lancieren, um dann darin zum Sieg zu fahren. Wie findet man denn seine eigene Nische, Herr Dobelli? Nicht durch Nachdenken und in eine Höhle gehen und überlegen, was gefällt mir und was könnte ich gern machen. Also die eigene Berufung zu finden, da werde ich häufig gefragt, Herr Dobelli, wie finde ich denn meine Berufung? Und ich sage immer, Berufung, das ist ein christliches Konstrukt. Also man wird berufen von Gott und dann wird man Mönch oder irgendwas. Aber in der heutigen Zeit Berufung, das gibt es nicht. Also Sie sind nicht berufen, ein Bestsellerautor zu sein? Überhaupt nicht. Ob ein Buch ein Bestseller wird oder nicht, ob ein Buch sich 10'000 Mal oder 10'000 Mal verkauft, ist komplett ausserhalb meiner Kontrolle. Ich versuche einfach, das beste Buch zu schreiben, nach meinen Möglichkeiten, nach meinen beschränkten Möglichkeiten. Ich hätte manchmal gern, ich könnte besser schreiben, aber nach meinen Möglichkeiten versuche ich, das Beste zu machen. Und dann geht das Buch raus und dann kommt es vielleicht auf die Bestsellerliste oder es kommt nicht. Das liegt völlig ausserhalb meiner Kontrolle. Und viele Leute sagen dann, ich muss in mich reingehen, meditieren, dann finde ich meine Nische, dann finde ich quasi meine Berufung. Und ich glaube, so geht es nicht. Ich glaube, Sie müssen schauen, was haben Sie für einen Track Record, also was haben Sie in der Vergangenheit gemacht, das überdurchschnittlich gut war. Also wo sind Sie überdurchschnittlich stark, in welchen Fähigkeiten und nicht nur, was Sie glauben, sondern wo haben Sie es bewiesen, dass Sie überdurchschnittlich gut sind und dann dort bleiben, in diesem Circle of Competence, in diesem Kompetenzkreis bleiben und den möglichst vertiefen. Ich denke, das ist dann das eigene Rennen, das man fährt und dann ist man auch unabhängig von der Konkurrenz. Sie haben ja auch eine Weile lange Romane geschrieben. Damit waren Sie nicht so erfolgreich wie mit diesen Dingen hier. War das für Sie so etwas wie ein Nischensuchfehler? Das habe ich so aus. Ich weiss auch nicht, warum ich begonnen habe, Romane zu schreiben. Ich habe es versucht. Aber es ist tatsächlich so, dass es andere Leute gibt, die viel besser Romane schreiben können als ich. Und das ist definitiv nicht in meinem Kompetenzkreis drin. Ich denke, die Sachbücher sind in meinem Kompetenzkreis, die sind in meiner Nische drin. Bei den Romanen, das ist ziemlich ausserhalb. Es ist wunderschön, Romane zu schreiben. Also manchmal muss man suchen, bis man die Nische hat. Natürlich, manchmal muss man suchen und man muss möglichst in den jungen Jahren viele Stichproben machen ins Leben hinein, damit man sieht, wo bin ich überdurchschnittlich gut. Das trifft man sicher nicht beim ersten Mal, trifft man vermutlich nicht bei den ersten drei Malen. Man muss viele Stichproben machen und plötzlich merkt man es. Da zieht, da bin ich überdurchschnittlich und dann am besten dabei bleiben. Gewisse Dinge sind ja aber doch so, dass man sich bemühen muss und nicht nur jetzt überdurchschnittlich gut sein von vornherein, sondern sich auch Wissen aneignen muss, sich da richtig reinknien. Und gerade weil Sie ein Mensch sind, der viel Wissen kondensiert, das ja auch eben mit Get Abstract, «Compressed Knowledge» war damals das Stichwort, gemacht haben mit diesen Zusammenfassungen von wichtigen Büchern, die man sich herunterladen kann, hat mich dann sehr erstaunt, dass Sie sich zur Bildung eigentlich relativ negativ äussern. Sie sagen da nämlich in diesem Buch, hören Sie auf, alles mögliche Wissen anzuhäufen, in der Absicht, Ihre Berufsaussichten zu verbessern. Ökonomisch liegt darin keine Power mehr, Bildung ist heute nur noch als Hobby sinnvoll. Ja, für den Beruf. Also dieser Satz, für die Berufsaussichten zu steigen, ist Allgemeinbildung heute nicht mehr wichtig. Heute ist viel wichtiger, dass Sie in Ihrer Nische, wieder in Ihrem Kompetenzkreis, möglichst gut sind. Aber wie wird man gut ohne Bildung? Indem man möglichst viele Stunden investiert in diese Fähigkeit. Also wenn Sie, Sie werden zu einem Meister Ihres Fachs, sei das jetzt irgendwas, sei das die Schriftstellerei, sei das das Moderieren, was Sie tun, sei das ein Coiffeur, ein Friseur, wenn Sie viele Hundert, wenn nicht Tausende von Stunden investieren. Trial and Error. Genau, Trial and Error. Und natürlich über Lehrer gehen. Das heisst, Sie haben vielleicht Lehrer gehabt, Sie haben Vorbilder, wo Sie Dinge abgucken können, wie haben es die gemacht. Sie haben positive Vorbilder, Sie haben negative Vorbilder und können sich anhand von diesen positiven und negativen Vorbildern ihren Weg erschaffen. Aber fördert das nicht die Fachidioten letztlich? Ja, aber Sie können heute nur noch als Fachidiot überleben. Oh. Ich bin demnächst arbeitslos. Nein, Sie sind Moderatorin. Also wenn Sie jetzt nicht den Job, Sie schreiben auch noch Bücher, aber als Moderatorin müssen Sie möglichst gut sein als Moderatorin und nicht noch tausend andere Dinge können. Heute, wenn Sie Fachidiot sind, und zwar am besten weltweit führend, dann haben Sie es erreicht. Ökonomisch. Ob Sie dann Freude haben und noch das andere Wissen in der Freizeit noch reinsaugen, das ist natürlich Ihnen überlassen. Das ist ja irgendwie auch interessant. Also ich verstehe, was Sie sagen und gleichzeitig denke ich bei mir zum Beispiel, und ich glaube, das kommt in diesem Buch schon auch vor, manchmal geht es doch auch darum, Dinge zu tun, einfach um der Sache willen, Bildung eben, um Freude daran zu haben. Natürlich. Und nicht den Beruf so zu ergreifen, dass man denkt, da ist meine Nische, da kann ich irgendwie besonders erfolgreich sein, sondern manchmal auch sinnlos in die Welt hinausgehen und einfach etwas anpacken. Gebe ich Ihnen absolut recht, aber mein Satz, den Sie jetzt gerade vorgelesen haben, heisst, für die Berufsaussichten, respektive für Ihren beruflichen Weg, ist es besser, wenn Sie in die Tiefe gehen. Natürlich in der Freizeit, um Himmels Willen, lesen Sie möglichst viele Bücher über möglichst viele Themen, weil das ist schön. Wunderbar. Jetzt gehen wir zur richtigen Bildung. Aber jetzt möchte ich wirklich mit Ihnen über die Stoar sprechen, weil das ja wirklich ein wichtiges Thema ist bei Ihnen. Das sagen Sie auch am Anfang Ihres Buches. Sie haben verschiedene Quellen. Sie befassen sich mit verschiedenen Formen der Psychologie, der modernen Psychologie. Verhaltensökonomie spielt eine grosse Rolle, auch Investmentbanking, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber auch die philosophische Schule der Stoar. Also diese Denkrichtung, die ungefähr 300 vor Christus angefangen hat, bis ungefähr 200 nach Christus. Es hat eine lange Epoche gedauert, also eine lange Epoche. Und in dieser antiken Philosophie ist eigentlich einer der ganz wichtigen Momente diese Idee der Affektkontrolle. Und um ein bisschen herauszufinden, wie man diese Affektkontrolle eigentlich einordnen muss, habe ich Christoph Halbig getroffen. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Zürich. Und er hat uns dazu auch etwas zu sagen. Ja, die Stoar vertritt da eigentlich eine radikale Position. Wie radikal die eigentlich ist, versteht man, denke ich, am besten, wenn man sie abgrenzt von der Position, die Aristoteles vertreten hat. Aristoteles hat die Idee vertreten, also kein Stoiker, Aristoteles hat die Idee vertreten, dass das Ziel sein muss, die Affekte zu mäßigen, die sogenannte Metriopathie. Ich denke, wir wissen alle, wenn wir so etwas wie Zorn oder Eifersucht oder Neid empfinden, dann gerät das schnell außer Kontrolle. Und der Anspruch aus aristotelischer Sicht muss sein, solche Affekte vernünftig zu gestalten, sie zu kultivieren. Gleichzeitig vertritt Aristoteles aber die These, dass Affekte sogar im Bereich der Moral zwingend notwendig sind. Wenn sie Zeuge von schreiendem Unrecht werden und es dabei belassen, dann würde Aristoteles sagen, haben sie sogar moralisch was falsch gemacht. Sie sollen sich empören. Und an der Stelle sind die Stoiker viel radikaler. Die Stoiker würden eben sagen, es kommt nicht darauf an, die Affekte zu mäßigen, sondern der Anspruch muss sein, sie ganz loszuwerden. Das Ideal ist die Aparthe, die Freiheit von den Affekten. Und das ist natürlich wirklich eine sehr radikale Idee. Also wenn Sie beispielsweise an so etwas denken wie Mitleid, dann hält die Stoar das schlicht für ein Laster. Jemand leidet und Sie leiden einfach auch. Wer hat das davon? Das ist in einer bestimmten Sicht durchaus vernünftig, aber man empfindet doch einen gewissen Schauder. Die Befreiung von den Affekten halte ich erstens für nicht erreichbar und zweitens auch für kein sinnvolles Ideal. Ich denke, es gehört zur Verwundbarkeit des Menschen dazu, sich einzugestehen, dass beispielsweise schlimme Dinge passieren und darauf angemessen auch affektiv zu reagieren. Insofern wäre ich da aristotelisch und würde auf die Kultivierung der Affekte setzen, aber nicht auf die Affektlosigkeit. Affektlosigkeit, Apathie, ist das ein Ideal für Sie, Herr Dabelli? Ich möchte leben ohne negative Affekte, negative Gefühle. Aber, das ist natürlich schon richtig, die bringt man nicht weg. Man kann sie reduzieren, aber ganz weg bringt man sie nicht. Kein Stoiker bringt die ganz weg, weil die sind tief in uns verwurzelt. Wenn ich ein schreiendes Kind sehe oder wenn ich ein wirkliches Unglück sehe, dann empört mich das auch. Jetzt ist es schlau, solche Affekte zu haben, wenn wir Medien konsumieren und die ganze Zeit nur diese negativen Nachrichten sehen und hören, dann haben wir ständig Affekte und das macht uns handlungsunfähig. Und hier ist eben eine stoische Haltung oder eine möglichst stoische Haltung, vernünftiger zu sagen, wo sind die wirklichen Probleme, wo wird nur ein Theater gemacht, wo sind die wirklichen Probleme und dann dort eingreifen. Es ist ja so, dass ein Mensch viel stärker betroffen ist, wenn etwas Schlimmes jetzt da passiert, vor einem als 10'000 Kilometer an einem anderen Ort, wo es noch viel mehr Unrecht gibt. Und es wäre rational, dort einzugreifen, wo das Unrecht grösser ist oder das Leiden grösser ist. Aber nach Aristoteles wird man dahin getrieben sein, da zu helfen, wo es gerade jetzt ist, und das andere liegen zu lassen, das andere grössere Leid liegen zu lassen. Sie greifen jetzt so auch eine populärwissenschaftliche Kritik des Mitleids, der Empathie auf, indem Sie sagen, das macht eigentlich so auch etwas wie uns irreleiten, wo eigentlich die wichtigen Themen sind. Aber die Position war ja noch radikaler und ein Stück weit vertreten Sie die ja auch. Dass Sie sagen, Mitleid ist eigentlich Unsinn. Und das ist wirklich die Position auch der Stoar, wie Herr Halbig das herausgestrichen hat. Und ich habe auch hier wieder einen Satz gefunden, über den ich mit Ihnen gerne diskutieren würde. Sie haben natürlich recht, ich reisse das immer so aus dem Zusammenhang, so macht man das, Sie können sich dann verteidigen. Es gibt keinen Grund, sich schuldig zu fühlen, wenn es Ihnen zufällig besser geht als einem Bomberopfer in Aleppo. Es könnte genauso gut umgekehrt sein. Über diesen Satz bin ich natürlich gestolpert, weil im Moment, ich konsumiere News im Gegensatz zu Ihnen, Sie möchten das ja lieber nicht tun. Ich meine, wenn man diese Bilder sieht, dann denkt man doch, natürlich muss ich da Emotionen haben und natürlich soll ich mir das auch angucken. Ich weiss nicht, ob man sich das angucken muss. Oder ob man sich einfach bewusst werden soll, was für Probleme es gibt und wie viel Leid an anderen Orten entsteht. Ich denke, das Emotionalisieren oder das sich mitreissen lassen von diesen Bildern hilft nicht wirklich, diese Probleme zu lösen. Ich denke, im Gegensatz dazu, wenn man Abstand hat und das Ganze eben möglichst ohne Affekte, möglichst ohne Gefühle anschaut, löst man das Problem eher. Ich weiss, es klingt unmenschlich und es klingt hart und es klingt ... Lassen wir doch die moralische Bewertung mal noch aussen vor. Mich interessiert zuallererst mal noch diese Frage, was macht eigentlich Information mit uns? Weil Sie pochen ja so darauf, dass Sie sagen, das bringt uns eigentlich erst mal gar nichts. Aber nehmen wir mal eine andere Debatte, Fleischessen zum Beispiel. Viele Leute würden doch sagen, mal in einen Schlachthof gegangen zu sein oder sich darüber informiert zu haben, was eigentlich in meinem Kotelett oder in meiner Wurst da drin ist und wie dieses Tier gehalten wurde. Das macht etwas mit mir. Und viel Aktivismus entsteht doch auch aus Information. Oder würden Sie das bestreiten? Ja, da haben Sie recht. Vieles kann man über Bilder und über solche Erlebnisse herausnehmen. Man kann das lernen. Auf der anderen Seite, es ist halt so, diese Affekte verleiten uns häufig zu falschen Schlüssen. Und deshalb finde ich es besser, man hat diese Affekte einigermassen unter Kontrolle, man empört sich nicht ständig über diese Bilder und schaut das Ganze aus einer gewissen rationalen Distanz an. Ich sage nicht, man soll gar nichts tun. Im Gegenteil, wir haben ein besseres Leben, wenn es der Umwelt auch besser geht. Das war schon eine stoische Sicht. Also die Gemeinschaft ist wichtig. Es geht einem besser, wenn es den anderen auch gut geht. Und man soll da Energie investieren. Aber trotzdem, es braucht einen gewissen Abstand zu diesen Gefühlen. Also das heisst konkret, der Grund, warum ich anderen unter Umständen helfen sollte, ist, dass es mir nachher auch besser geht und gar nicht, dass es diesen Menschen schlecht geht? Nein, so würde ich es nicht sagen. Und so ist es auch in der Stoa nicht gemeint. Die Stoa hat vier Kardinaltugenden. Eine davon ist Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit bedeutet, es soll den anderen auch gut gehen. Nicht, dass es mir noch besser geht, sondern grundsätzlich soll es den Menschen allen gut gehen. Sie sollen möglichst wenig Leid haben. Sie sollen ein gutes Leben. Ich sage nicht, ein euphorisches, glückliches Leben. Aber sie sollen die Möglichkeit haben, ein gutes Leben zu leben. Jetzt, wenn ich noch einmal zurückkomme zu dieser Geschichte mit den News. Wenn ich sie beim Wort nehme, was wäre denn die korrekte Haltung? Also ich meine, wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, okay, dann konsumiere ich jetzt überhaupt keine News mehr. Und man kann ja auch Hintergrundgeschichten lesen. Es geht ja in den sogenannten News in den Medien jetzt nicht nur um die schreierischen Bilder, sondern es geht auch um die Zusammenhänge, die dargestellt werden. Wenn ich das nicht tue, dann erfahre ich gar nichts. Aber dann komme ich ja auch nicht ins Handeln deswegen. Es gibt eigentlich drei gute Wege, wie Sie trotzdem die Welt verstehen können. Das eine sind lange Artikel. Also nicht die kleinen, ganz kurzen Snippets, 20 Minuten oder so, sondern lange Artikel, Hintergrundartikel, fünfseitige, zehnseitige Artikel. Dann der goldene Weg sind Bücher. Und das müssen nicht aktuelle Bücher sein. Also wenn Sie jetzt ein Buch über Syrien lesen, dann ist das Buch vermutlich vor einem Jahr geschrieben worden und die Recherche ist vor zwei Jahren gemacht worden. Aber trotzdem, es gibt Ihnen trotzdem ein gutes Bild, wie diese Welt funktioniert, was hat dazu geführt. Und Sie können sich dann überlegen, was könnte noch daraus entstehen. Aber in einem Buch haben Sie all diese Zusammenhänge. Und der dritte, schöne Weg, ist ein bisschen ein elitärer Weg. Sie reden mit Menschen, die wirklich etwas von diesem Konflikt verstehen. Also Sie reden mit Leuten, die in Syrien gewesen sind. Sie reden mit Forschern, die auf diesem Gebiet arbeiten. Oder mit Korrespondenten, die dort gewesen sind. Also Sie haben den direkten Kontakt mit diesen Menschen. Das können natürlich nicht alle tun. Das ist auch ein Zeitproblem. Das ist ein Zeitproblem, aber das ist so der dritte Weg. Also lange Artikel, Bücher, das sind ultralange Artikel. Oder dann wirklich sprechen mit Menschen, die wirklich etwas verstehen. Sie schreiben, sich für Katastrophen zu interessieren, das sei reiner Voyeurismus. Ja, wenn man so sagt, ich muss doch wissen, was geht. Ich muss doch wissen, was diese Bombe, wie viele Menschen sind jetzt bei irgendeinem Attentat ums Leben gekommen. Man muss nicht alles wissen. Es passieren vermutlich schlimme Sachen auf anderen Planeten. Auf anderen Sonnensystemen gibt es sicher auch Leben und da passieren schlimme Dinge. Ja, also Moment mal, Herr Dobelli, Sie glauben, da gibt es so Mars-Menschen oder was? Nicht Mars-Menschen, aber es gibt, wissen Sie, dass unsere Galaxie... Naja, ist das schlimm für einen Einzeller, wenn jemand einen Stein aus dem Togakopf fällt? Unsere Galaxie besteht aus 100 Milliarden von Sonnensystemen. Wir wissen, dass im Durchschnitt jede Sonne einen, zwei oder drei Planeten hat und es gibt 100 Milliarden Galaxien im Universum. Die Chance, dass es irgendwo Leben gibt, ist unheimlich gross. Und da passieren sicher schlimme Dinge. Und wir sind okay, wenn wir das alles nicht wissen. Wir sind irgendwie okay damit. Das heisst, ich muss auch nicht auf unserer kleinen Erde alles wirklich wissen, wo alles Leid entsteht. Es ist wichtig, dass wir irgendwo helfen. Ich denke, man muss helfen, aber man muss sich ein Ziel setzen und sagen, empörungslos, da helfe ich, da stecke ich. Und wenn es geht, Geld rein. Und nicht eigene Hilfe, da stecke ich Geld rein. Und das sind Profis, die dort helfen können. Gehen wir nochmal zurück wirklich zur Stoar und zu dieser Affektkontrolle. Also man kann ja irgendwie auch so etwas sagen, wie die zentrale Idee ist, mit dem Kontrollverlust klarzukommen. Also zu anerkennen, es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Ganz viel in Ihrem Buch geht ja genau darum, also ich kann eben nicht beeinflussen, wie gross, wie schön, wie klug ich bin, auch vielleicht nicht, wie reich ich bin. Aber ich kann beeinflussen, ob ich neidisch bin, ob ich zufrieden bin oder ob ich mir selbst genüge. Das ist so ein Ideal, das die Stoar sehr stark geprägt hat, die Autarkie, mit sich selbst zufrieden zu sein. Da würde ich Sie gerne jetzt aber auch noch einmal fragen, ist das nicht manchmal auch anmassend, anderen Menschen zu sagen, guck mal, du bist doch deines eigenen Glückes Schmied. Es ist doch einfach so, dass die Bedingungen, die Startbedingungen schreiend ungerecht sind. Die Startbedingungen sind schreiend ungerecht. Das ist tatsächlich so. Intelligenz, nehmen wir beispielsweise Intelligenz. Intelligenz ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig für den Erfolg, für den materiellen Erfolg, den sie haben. Wenn sie ein IQ haben von 70, schaffen sie es nicht. Wenn sie hingegen einen IQ haben, Intelligenzquotienten von 120, 130, 140, dann haben sie die Möglichkeit, gute Karrieren zu machen, viel Geld zu verdienen, ein schönes Leben sich zu elaborieren. Die Intelligenz ist ihnen geschenkt. Die ist mir geschenkt worden, die ist ihnen geschenkt worden, die ist jedem mal geschenkt. Das ist genetisch determiniert. Da kommen zwei Stränge von Genmaterial, von ihrem Mutter und ihrem Vater zusammen, in ganz verschiedenen möglichen Kombinationen. Eine Kombination, das sind sie. Damit ist die Intelligenz, also der Intelligenzquotient, determiniert. Aber die Förderung kann den doch auch noch formen. Ja, jetzt, aber ich darf noch schnell... Ja, entschuldige. Im Mittelalter war Intelligenz nicht so wichtig. Als Jäger und Sammler war Intelligenz fast nicht wichtig. Da mussten sie schnell rennen können, sie mussten schnell auf Bäume klettern können, aber Intelligenz war weniger wichtig. Wir haben jetzt per Zufall eine Gesellschaft, in der Intelligenz wichtig ist. Und das ist eine Startbedingung, die wir nicht unter Kontrolle haben. Sie können da nicht viel machen. Natürlich, man kann ein bisschen fördern. Und jetzt kommt das zweite Element rein. Das sind ihre Eltern. Sind sie in einem Haushalt geboren, in ein Elternhaus geboren, das gut ist? Oder sind sie in einem Elternhaus geboren, das schlecht ist? Ich habe meine Eltern nicht rekrutiert. Ich habe keinen Bewerbungsprozess durchgemacht vor meiner Geburt und gesagt, diese Mutter nehme ich und diesen Vater nehme ich und ihr macht mich jetzt. Das ist zufällig. Ich hatte Glück. Andere Menschen haben Pech. Andere Menschen haben noch mehr Glück. Wenn Sie es durchrechnen, sind es so viele Faktoren in Ihrem Leben, die wichtig sind in der heutigen Gesellschaft, wo Sie aber keine Kontrolle darüber haben. Und das müssen Sie einfach akzeptieren. Die Startbedingungen sind wirklich schreiend ungerecht. Man kann natürlich ein bisschen gesellschaftspolitisch etwas machen über Steuern, Transferzahlungen, Schulsysteme usw. Das finde ich alles richtig. Aber man darf die Augen nicht verschliessen vor der Tatsache, dass diese Startbedingungen schreiend ungerecht sind. Sie haben an einer Stelle oder im Interview, glaube ich, auch mal gesagt, dass Sie sich mehr als früher jetzt für soziale Ungleichheit interessieren würden. Gerade weil Sie anerkennen, dass ein Grossteil dessen, was Sie für sich als Lebensglück empfinden, eigentlich vom Zufall abhängt. Ja. Und da würde mich interessieren, haben Sie da schon irgendwie eine vorläufige Antwort? Schreiben Sie ein Buch dazu oder ist das mehr so ein Hobby? Nein. Nein, ich weiss noch nicht, wie wir mit dem umgehen. Aber etwas hat es mir schon mal gezeigt und das hilft auch mir. Ich zahle gern Steuern. Ich zahle gern Steuern. Als wir nach Bern gezogen sind, von Luzern nach Bern, da haben alle gesagt, nach Bern sind in die Steuerhölle der Schweiz, wo man so viele Steuern bezahlt. Ich habe gesagt, das ist okay, ich bezahle gern Steuern. Und weil es mir so gut geht, bezahle ich gern Steuern, die als Transferleistungen dann jenen zugute kommen, die mit den falschen Genen in die falschen Familien hineingeboren worden sind. Ich habe eben das Glück, dass ich privilegiert bin und dass ich diese richtigen Startbedingungen hatte. Wissen Sie, Steuern müssen Sie ja eh zahlen. Und ich verstehe nicht Leute, die sich aufregen über die Steuern. Kommt wieder der Stoiker zu meinen. Sie müssen lieben, Steuern zu bezahlen. Dann machen Sie es einfach. Jetzt hat Herr Halbig ja auch so etwas gesagt, wie es gibt natürlich die Affektkontrolle, die uns absolut sinnvoll scheint. Sie haben jetzt das Beispiel mit dem Steuern bezahlen. Es gibt vielleicht andere Momente, die sich wahnsinnig aufregen darüber, dass man die Traum verpasst hat, bringt einen jetzt auch nicht sehr viel. Oder sehr bedauern, dass man irgendwie eine riesige Nase hat, bringt einem auch nicht sehr viel. Aber es gibt andere Momente, wo es fast ein bisschen unheimlich ist oder vielleicht auch wirklich unpassend, wenn jemand nicht die entsprechende negative Emotion ausbildet. Also nehmen wir beispielsweise, das haben Sie selber als Beispiel schon gebracht, eine Situation, in der Eltern ein Kind verlieren. Da wäre es doch eigenartig, wenn man nicht Eltern hätte, die vielleicht ein bisschen wie Hiob ihr schreiendes Unglück von sich geben würden und sich wirklich beklagen und hadern mit dem Schicksal. Natürlich, und das wird bei den meisten Menschen, außer Psychopathen, diese 1% Psychopathen, ist das ein Programm, das in uns drin ist. Das ist ein menschliches Programm, das funktioniert, das wird auch passieren. Wenn ich ein Kind verlieren würde, ich meine, es ist fast unmöglich, weiterzuleben dann, aber es kommt einmal der Moment, wo Sie sagen, okay, jetzt muss ich wieder leben, jetzt muss ich weiter schauen, jetzt muss ich nach vorne schauen und dieses Unglück einfach akzeptieren und möglichst diese traurigen Emotionen abschliessen und weiter nach vorne zu gehen. Das wird nicht in zwei Wochen der Fall sein, nach einem Tod. Aber man muss eine solche Trauerphase, glaube ich, auch nicht auf fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre ausdehnen. Ich glaube, das wäre eine sinnlose Ausdehnung, nur um menschlich zu erscheinen. Ich weiss es nicht. Aber das finde ich wahnsinnig interessant, Herr Dobelli. Was heisst eigentlich, menschlich zu sein? Weil, als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, so wäre ich auch gerne. Irgendwie scheint alles so gut aufzugehen für Sie. Und ich habe für mich irgendwann in meinem Leben festgestellt, dass es einen Satz gibt von Markus Werner, der Schweizer Schriftsteller, der an Krebs gestorben ist, den ich unglaublich schätze. Der hat mal gesagt, allein das Zögern ist human. Und dieses Moment des Zögerns scheint mir ein wesentlicher Bestandteil des Menschseins zu sein. Aber als ich Sie gelesen habe, habe ich gedacht, na ja, vielleicht habe ich einfach ein mickriges Menschenbild. Nein, und bei mir, vielleicht stelle ich mich so dar, dass alles so ruhig durchfliesst, dass ich alles easy wegstecke, dass ich nicht mit mir hadere, natürlich hadere ich mit mir. Wohin? Und ich hadere mit mir, dass ich eben ab und zu ausflippe, ausraste, irgendwie meine negativen, wirklich toxischen Emotionen nicht unter Kontrolle habe, wie sie gern unter Kontrolle hätte. Ich versuche besser zu werden, aber ich hadere mit mir. Es kommt teilweise mal eine Zehntelsekunde Neid auf, auf irgendjemanden, der halt irgendwas hat, das ich auch gerne haben würde. Und dann versuche ich mir wieder zu überlegen, nein, weisst du was, das ist Zufall, und ich nehme dann diese Tools da raus, aus meiner Toolbox, und dann ist diese Neid wieder verschwunden. Aber der erste Moment, so die erste Zehntelsekunde, das kommt auch bei mir, weil das ist fest verdraht, in unserem Hirn diese Emotionen. Die sind fest verdrahtet, die haben ihren Ursprung in unserer 300'000-jährigen Geschichte als Homo sapiens. Da waren diese Gefühle, diese Affekte waren sinnvoll. Das waren Affekte, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Die waren fürs Überleben und für Männchen, Weibchen suchen, alles positiv. Für unsere Gene waren die positiv, aber heute in dieser komplizierten Welt sind sie oft nicht mehr positiv, zu werden. Ich würde gerne noch über etwas anderes mit Ihnen sprechen. Interessant ist, dass Sie nicht der Einzige sind, der sich jetzt eben auf Epiktet, Marc Aurel, Seneca bezieht und diese stoische Philosophie wieder versucht, für unseren Alltag neu zu schreiben oder noch einmal neu zu interpretieren, sondern es kommen im Moment viele Bücher auf den Markt zum Thema stoische Philosophie. Es gibt dazu auch eine Geschichte auf unserer Kultur-Website, die man nachlesen kann. Und ich habe das auch den Christoph Halbig gefragt, warum es eigentlich im Moment so eine Renaissance der Stoar gibt. Es gab mehrere Renaissance der Stoar, auch in der Neuzeit, und die haben nicht zufällig immer in extremen Krisensituationen stattgefunden. Insofern ist die heutige Renaissance der Stoar eigentlich auch ein bisschen ein Krisensymptom. Also der erste große Boom fand während des 30-jährigen Krieges statt. Also wenn viele Menschen sich heute wieder den Stoikern zuwenden, dann scheint es so zu sein, dass sie sich ein Stück weit heimatlos finden. Gleichzeitig gibt es das Versprechen, wenn du vernünftig deine Situation analysierst und vernünftig mit dir umgehst, dann liegt dein Glück eben doch an dir und ist nicht irgendwelchen unnümen externen Mächten anheimgestellt. Also diese Kombination von einer gewissen Heimatlosigkeit mit einem Vernunftoptimismus und einem egalitären Individualismus, also wir sind alle nur Menschen, es gibt eben dann nicht die Hierarchien zwischen Leuten, die eine Offenbarung empfangen und Leuten, die keine empfangen oder welcher auch immer. Das scheint mir ein Gesamtpaket zu sein, was heute viele Menschen erneut anspricht. Stimmt das für Sie auch? Also Stoische Philosophie, Boom der Stoischen Philosophie ist ein Krisensymptom? Habe ich mir noch nie überlegt. Für mich macht sie einfach sehr viel Sinn. Diese Stoische Philosophie, ich glaube, man könnte genauso argumentieren mit der Masse von Büchern, die rauskommen und sagen, ihr müsst auf die Gefühle hören, ihr müsst die Gefühle auspacken, ihr müsst möglichst in euren Gefühlen schwelgen, weil nur über Intuitionen kommt man weiter, Bauchgefühl. Das stimmt. Also das Gegenteil, eigentlich der Stois. Da gibt es auch, da könnte man auch sagen, das ist ein Krisenphänomen. Ich weiss nicht, ob das eine Interpretation ist, die stimmt oder nicht stimmt. Ich denke, wenn man all diese Lebensphilosophien anschaut, miteinander vergleicht, ist die Stoa, der Stoizismus, eine sehr taugende für dieses komplizierte 21. Jahrhundert. Sie vermag sehr viel zu erreichen. Es gab ja in der Antike viele Schulen, also die Epikuräer gab es, es gab die Königer usw. man kann all diese Geschichten nehmen, dann kam später, es gab noch andere Schulen und dann im 18. Jahrhundert kam die Romantik auf, da gibt es auch gewisse Lebensphilosophien draus. Wenn man die mal alle anschaut, dann hat für mich einfach das Stoizismus am meisten, es macht am meisten Sinn für dieses komplizierte 21. Jahrhundert. Ich denke, wenn man es einfach objektiv anschaut, unsere heutige Welt, jetzt unser Jahrzehnt, ist sehr stabil. Also ich würde das Gegenteil von Krise sagen hier, es ist eine sehr, sehr stabile Welt verglichen mit allen anderen Jahrzehnten, die es gegeben hat. Sie können es vermutlich zurück zu 2500 Jahren. Ich glaube nicht, dass es ein Krisenphänomen ist. Ich glaube echt, die Welt ist sehr kompliziert, das Leben ist anstrengend geworden, durch diese vielen Güter, die wir haben, durch diese, durch die starke Arbeitsteilung, von der wir natürlich alle profitieren, jetzt überlagert noch von einer digitalen Welt, die wir ja auch noch meistern müssen. Wir müssen ja nicht nur unser Leben meistern, das ist ja schon anstrengend genug, jetzt müssen wir noch eine digitale Existenz quasi uns generieren und schaffen. Das heisst, Leben ist anstrengend, ist kompliziert geworden und da hilft dieser Ansatz. Es gibt sicher noch andere Ansätze, aber ich glaube, die Stoa hilft tatsächlich. Und vielleicht ist ja auch unter anderem genau das gemeint, also der Kontrollverlust, der da sich eben manifestieren könnte angesichts dieser verschiedenen Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, den versucht man handhabbar zu machen, indem man mit stoischer Gelassenheit sozusagen darauf blickt, oder? Ja, aber ich wüsste nicht, was man sonst tun sollte. Sollte man das Glück im Äusseren suchen? Soll man das Glück im materiellen Erfolg suchen? Soll man es suchen im Status, den man erzielt draussen? Das sind ja alles Dinge, die man nicht unter Kontrolle hat. Soll man den Erfolg suchen im, ich weiss nicht, möglichst viele Kinder kriegen? Soll man den Erfolg suchen, ich wüsste nicht, was es für andere handhabbare Werkzeuge gäbe oder Ziele gäbe. Ich denke, wenn man diese innere Festung baut, und das ist ein wirklich schöner stoischer Begriff, eine schöne Metapher, diese innere Festung bauen kann, dass man innerlich ruhig bleibt, egal was von draussen angeschossen wird, mit schlechten News und schlechten Erlebnissen, dass man diese innere Ruhe behält. Es gibt dieses schöne Wort Seelenruhe oder Seelenfrieden. in dieser inneren Festung, das ist von all diesen anderen Möglichkeiten, all den anderen Lebensphilosophien für mich die beste, die einleuchtendste. Sie sagen auch, dass für Sie eigentlich der prototypische, moderne Stoiker ist Warren Buffett, der 87-jährige US-Investmentbanker und auch sein Freund Charlie Munger. Das hat mich doch einigermassen überrascht. Das müssen Sie noch erklären. Es ist halt so, dass, wissen Sie, wenn Sie an der Börse sind und ab und zu an der Börse in Investment tätigen, mal eine Aktie kaufen und wieder verkaufen, dann merken Sie, wie wenig Sie unter Kontrolle haben und wie stark man sich überschätzt. Man denkt, wenn man eine Aktie kauft, ja, ich weiss jetzt, wie der Hase läuft und dann, auf der anderen Seite gibt es immer eine Gegenpartei, die mit genau gleichen, mit genau unterschiedlichen Gründen Ihnen diese Aktie verkauft, also das Gegengeschäft tätigt. Das heisst, wenn Sie in der Wirtschaft tätig sind und besonders in den Finanzmärkten tätig sind, wissen Sie, wie wenig Sie wissen. Das heisst, Ihr Ego wird automatisch kleingestaucht. Wir wissen, man realisiert dann, man weiss extrem wenig. Wir sind nicht so gut, wie wir denken. Wir wissen. Und das Handeln an den Börsen beispielsweise ist eine gute stoische Übung. Und wenn Sie diese beiden Leute, Warren Buffett und Charlie Munger, anschauen, das sind eigentlich moderne Stoike. Ob die jetzt Milliardengeld gewinnen oder verlieren, das ist denen furzegal. Die sind innerlich so ruhig, weil sie halt schon lange in diesem Finanzmarkt sind und weil sie eben auch die Stoike gelesen haben, die sind innerlich so ruhig, dass es die gar nicht betrifft. Also dort habe ich so eine dritte Quelle gefunden an Inspirationen, das ist bei diesen Value-Investoren, das sind nicht die Traders, die jeden Tag traden, sondern wirklich langfristig investieren. Das ist eine gute Übung, an den Finanzmärkten tätig zu sein. Das ist ja alles so rational. Also man soll irgendwie gut berechnen können, mit den Affekten umgehen. Braucht es da auch noch den Moment, vielleicht doch, des Mitleids? Sie werden mich nicht los. Nein, nein, nein. Der erste Affekt ist immer da, die erste Intuition, dieses Gefühl des Mitleids, dieses Gefühl des Wuts, des Zorns, das kommt, ausser Sie sei ein Psychopath, kommt immer. Das ist immer automatisch dabei, eine Sekunde lang. Sie können es von mir aus fünf Sekunden lang lassen, aber dann bitte schalten Sie das Hirn ein und versuchen Sie diese Affekte ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Das ist die historische Antwort. Hirn einschalten, Ruhe geniessen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Dobelli. Herzlichen Dank. Nächste Woche geht Yves Bossard dem Erfolgsgeheimnis von TV-Serien auf den Grund. Warum sind wir süchtig nach Breaking Bad, Madman oder der Bestatter? Ich hoffe, Sie sind süchtig nach Sternstunden. In diesem Sinn, bis bald und eine gute Woche. Ich hoffe, Sie sehen uns beim nächsten Mal.